Das ist im Deutschen Bundestag nicht möglich gewesen. Es hat eine klare und auch bittere Niederlage für alle Impfpflichtbefürworter gegeben. Das ist auch für mich der Fall natürlich, weil ich habe mich sehr intensiv und aus Überzeugung für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht eingesetzt. Und das habe ich als Abgeordneter getan, nicht in der Funktion des Bundesgesundheitsministers, weil wir ja hier eine ethische Frage besprochen haben, die aus der Mitte des Parlaments dann zu entscheiden war. Aber als Abgeordneter habe ich mich da eingesetzt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass aus der Perspektive des Gesundheitsministers eine solche allgemeine Impfpflicht dringend notwendig gewesen wäre. Somit das ist eine klare, herbe Niederlage, die in dieser Größenordnung auch sehr unwahrscheinlich macht, dass sich hier noch viel im Deutschen Bundestag bewegen wird. 90 Prozent des medizinischen Nutzens, den man mit einer Impfpflicht ab 18 erreicht hätte, hätte man auch mit einer Impfpflicht ab 60 erreicht. Von daher war ich davon ausgegangen, dass dieser moderate Kompromiss auch die Unterstützung vieler Abgeordneten findet, die sich mit einer Impfpflicht ab 18 nicht einverstanden erklärt hätten. Ich bereite mich jetzt darauf vor, dass wir also im Herbst keine allgemeine Impfpflicht haben werden. Das muss man so knallhart und offen sagen. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und der Bundestag müsse das ja also beschließen, sind so, dass also eine Impfpflicht, die wirklich funktionieren würde, da nicht erwartet werden kann. Das stimmt. Das stimmt.